und willkommen zurück zu Luigi's Mention H2HD so um ist richtig B3 Friedhoffgang heute endlich diesmal hält uns nichts davon ab das Wind Natur zu reparieren jetzt sollten wir uns in den Hohlenbaum umschauen wir müssen ja bis zum Wippe hinaus na dann Luigi ich hoffe du hast auch alle Windkraft für mich dabei ja wir müssen alle Windkraft damit ob ich eine lange Folge aber wir haben es geschafft dieser Schraubenschlüssel ist genau das Richtige um sie wieder anzuschrauben thank you und vergessen links oben los und rechts oben frei ok nochmal etwas Fögel betritt den Hohlenbaum und finde ein Ding aus ja klar dann der Gang zur Baumkrone und damit zum Künfermundschlund ist irgendwo in dem Baum sagen ich werde von meinen Bequemen-Sesseln aus zusehen du dich schlägst ja genau wie du die Zuschauer das Thema stimmt also kann Armee wohl essen na dann hau hau da ach na 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 ja na 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 Manni, Manni, Spinnen! Ja, jetzt brauche ich diesen Kübel hier. Na, einmal mich brauche ich... Ich habe schon geschossen. Wieder die Frucht ist weg. Vor allem noch Geld. Oh, was kommt hier? Oh, ein paar Geister. Oh, Neidstar. Nimm du es. Mach es kaputt. Oh, die ringe Ärger. Ich hab... Oh. 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Yo, ha, hey, 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 hey. Oh, is сил, bisouszu. Ich schaue sie. Ich schaue sie. Puck Puck. Ja. 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 Gut gemacht. Ja. Ja. Ich hab mich wieder kaputt. Ja. Ja. Ich hab mich jetzt nicht verloren. Geht nicht. Fuck. rechts oder links das war richtig Pfff Anseite dann auch jetzt noch? Falsch? Ne, jetzt war richtig Cool Links Wie geht denn vor die Fallen weg? Okay, kann ich nicht mitnehmen, aber das Ding kann ich nicht Endzone Boom Okay Und was war denn da ja Ach, schrecklos nach, wo kommt ein plötzliches Fenster vorhin? Dabei ist dies der einzige Weg genau zur Bauspitz Ab dass ich gleich etwas mal schauen, hm Ah, ich habe etwas in den Aufwand zu den Evo-Türmen gefunden So lässt sich mit einem besonderen Schlüssel aus dem Mausoleum öffnen Ich hoffe, das kann alles vor 4-Technology, alleine im zahlen Monty Da sind sicherlich keine Geist unterwegs Nein, 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 nein Die Kunde ist genau so wie hier Hier ist spring Kann ich noch schütteln Ich halte mal Ich halte mich sogar auf Auf diese schütteln Ja, ich halte mich Das ist okay Ich halte mich Ich halte mich Ich halte mich Ich halte mich Ja, cool Ich nehme mal Was mehr Nehmen wir einmal hier eins, gucken wir mal. Da müssen wir vielleicht hochhalten, ne? Das ist nicht ausgebildet. Okay, nur wegen der Scheißpacking Spinnen. Noch irgendwas? Rechts war ich noch gar nicht. Dann brauche ich Wasser. Den Kübel habe ich links gesehen. War du weg? Komm! Ja! Nice! Habe ich jetzt schon eins gepackt in einem anderen Kapitel? Oder habe ich jetzt hier schon eins gepackt? Ja, irgendwas habe ich hier noch gesehen. Warte mal so. Hm. Wir haben das gemacht, wenn wir jetzt auch... Wir müssen jetzt einen Umweg nehmen hier. Hm? Wir müssen jetzt einen Umweg nehmen hier. Hm? Wir müssen jetzt einen Umweg nehmen. Ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Alter, Friedhof! Ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Ich kann den nicht einsaugen, oder? Jetzt zeigt er es irgendwie rein unten. Hmm, wundern. Ist das hier? Oh, nice. Wow, cool. Und sogar alle Geistern, coole Sache. Nix. Schade, vielleicht eben ein Buch. Kein Ding so lang. Okay. Mausoleum. So long, man. Yeah. Ein Tod? Ah, hurra, ich bin frei. Lucina, was in der Welt machst du in mir? Das ist ja auch egal, du bist mein Held. So viele andere kennen und da hat er noch nicht so. Ciao. Ciao. Schau. Komm rein. Mhm. Oh. Yellow. Hallo. Oh, kann ich probieren den Todschlüssel? Ach, das ist doch zum... Was bitte wie? Moment. Ist das etwa einer meiner Todassistenten? Hm? 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 Oh. 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 Ja, das ist ein Gatner. Familie. Okay, Spiegel. Kann ich euch antreiben? Oh, okay. Yes. Okay. Kannst du dich? Ah, das ist ja schön! Schade! 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 Ich habe's noch nicht verpflichtet! Geht hier mit! Schade! oh nein, wir müssen noch ein bisschen loswerden Okay, das kann ich dir, keine Atme. Komm, zieh die weg. Ja, sehr gut. Ich kann ja auch zweifeln. Schade. Egal. Ich kann ja auch zweifeln. 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 In diesem Raum. Wo ich letztens hier war. Aber es geht nicht weiter. Ja. Oder, wo? Wie wäre es hier? Ich habe einen Waldbüchert hier Vorwärtszeichen? Wo bin ich jetzt hier? war easy cool Geil ein Roboter von mir. Okay, interessant. So, jetzt auch. So, komm. Gibt's hier wieder Muchen? Was ist das? Dann kann ich mir nicht mal zurück, dann ist es ja auch nicht. Hä? Fahr doch mit Bord bei mir schon. Was ist los? Ach, für ihn reicht es. Ich wünsche ihn nicht. Bye-bye. Ja, cool. Oh, Yellowho? Ganz vertreibbeln, mein Lieber. Wie ist es, es war doch gar nicht so schlimm auf dem Viertel. Du hast die drei schönen Schwestern gefangen und den Tod gerettet. Meine Frau ist gerade hier geladen. Jetzt bist du dran. Ja, gerne. Oh, yes! Okay. Okay. They did it! Haha, die hat sich mit was er schenkt. Ja. Ich habe da hingekommen. Ja oder? Ja, ich bin jetzt mit. Ich bin jetzt mitgekommen. Wie ist das? Ich bin jetzt mitgekommen. Unerwartet, dass ein Tod kommt. Gut gemacht, Lütschi. Ich wünschte nur, wir hätten den Schlüssel im Haus der Lehmung gefunden. Nein, unseren zwei Einsatz ja nicht. Schauen wir mal, was du mitgebracht hast. Ein paar Schwestern, ja. Die Schuldenschwester. Okay. Ein Juwel, zweites Juwel, das ist schon gut. So ein goldenes Geist, gelb. Yes, das reicht auch. Diese Lampe verbessert, sehr gut. Sehr gut. Das ist sehr gut auf jeden Fall. Aber weil er immer Gold sammelt. Und verbessern. Jetzt hier die Schwestern zu ihrer Sicherheit leider vorher im Speicher der Wahrheit. Beide der Wintermode wieder schreit, laden sie mich sicher zu einem Ziel ein. Was? Habe ich was Falsches gehört? Nein. Der arme Thor tut mir wirklich leid. Gargly ist sehr eng in dem Gemälde. Er weiß anscheinend nicht mehr, was irgendwie der Fall ist. Hmm. Bei so einem großen Kaufzeuge und auch meine, dass er sich Sachen leicht merken kann. Bei so einem großen Kaufzeuge und auch meine, dass er sich Sachen leicht merken kann. Bei so einem Rettung keineswegs bloß verlorene Liebe zu. Er hat nämlich eine besondere 3D-Aufnahme in meine speziellen Sicherheitssystem mitgebracht. Ich habe nur ein paar Minuten, um sie zu dekodieren. Dekodieren. Ich muss dekodieren. Schade, kein Büro gefunden. Ja, dann geht es beim nächsten Mal weiter mit einer Poolparty. Mal, mal mit einer Party. Ja, mal schauen, ne? Ja, bitte. Wir danken euch herzlich fürs Zuschauen. Dankeschön. Ich bin ein paar Zwei Technische. Und ciao.